letzter heute nehmen wir den ersten martin hier 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 Keine Zeit für T-Time hier in Silverstone. Es ist Renntag und ich glaube, das Rennen geht gleich los. Ich habe hier 14. Viel Glück da draußen. Ich habe hier die Rennen. Okay, dann nochmal. Runde 1 ist vorbei und du bist etwas langsam. Kämpf dich nach vorn. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ich muss mal die Lücke ein bisschen zu fahren da vorne. Ich muss mal die Lücke ein bisschen zu fahren. Letzte Runde, wir sind noch 5. 2, 3 gehen wir noch. Dann fangen wir mal den ersten durch, fang ich jetzt auf. Dann fangen wir mal an. 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 so 38 dann geht es hier nochmal ins letzte Rennen Ah, 05, ok es geht in die alles entscheidende letzte Runde Christen, was denkst du gerade? wenn man vom Punkt ok, darauf kommen wir gleich zurück denn jetzt geht es los ok, da wird jemand nicht glücklich sein komm schon wieder komm schon wieder schon wieder da war mal wahr, dass jetzt vielleicht nichts so, hier schon wieder Nein, 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 ich will die Schaffhausbremse. Guter Start, bleib an der Spitze. 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 Ja, dann haben wir es geschafft. Guter Start, bleib an der Spitze. Guter Start, bleib an der Spitze. Guter Start, bleib an der Spitze. So, das war's. Guter Start. Guter Start, bleib an der Spitze.